Die Sony Alpha A1 ist das Flaggschiff aus der Alpha 7 Reihe. Ich habe mir hier mal ein paar Specs rausgesucht, die die Kamera hat. Ich finde sie ja schon recht spannend, es gibt eine eindeutige Zielgruppe und nein, jeder ist es definitiv nicht. Auch wenn wir alle uns ein bisschen die Finger danach lecken, einige Sachen davon in unserer Kamera haben zu können. Wir fangen mal an mit dem Body der Alpha 7 Reihe. Das ist ja nun ein sehr sympathisches Format und wir haben hier die Alpha 7 R3, das ist nicht die Alpha A1, ganz deutlich. Ich hatte sie nicht in der Hand, aber vom Format her ist sie sehr ähnlich. Also der Body fasst sich ungefähr so an. Du hast die Einstellräder ähnlich, bis auf die Einstellräder der Sony Alpha A9. Die sind natürlich bei der A1 jetzt mit drin, das heißt auf der anderen Seite hast du auch noch ein Einstellrad. Du hast ein Einstellrad, Pepper läuft gerade durchs Bild im Hintergrund, was ihr gerade hört. Du hast Einstellmöglichkeiten, also direkt Einstellmöglichkeiten für Serienbildfunktionen zum Beispiel und, und, und. Da sind ein paar Neuerungen dabei, das gefällt mir recht gut. Das hätte ich auch gerne an meiner Kamera, weil du einfach nicht durchs Menü musst oder extra einstellen musst, sondern du hast es direkt im Blick, du brauchst kein Display dafür und du siehst sofort, okay, ich habe jetzt die Serienbildfunktion eingestellt oder das Bracketing und das finde ich schon ziemlich geil, wenn das eine Systemkamera hat. Das liebe ich ja so ein bisschen an meiner Fuji, die in der Bedienung auch so ähnlich ist und das ist schon eine geile Sache. Aber wer es nicht braucht, okay. Dann hat sie auch nochmal in verbesserten Suche verbaut. Sie hat ein Touch-Display, wobei ich nicht so ganz herausgefunden habe, ob das ein Voll-Touch ist oder auch wieder nur begrenzt, denn in der Beschreibung der Kamera steht sowas drin wie, ja, es ist im Menü auf der linken Seite bedienbar und dann im Menü auf der rechten Seite bedienbar und das finde ich ein bisschen schwierig. So ein Voll-Touch-Display wäre da schon ganz gut. Ich will noch nicht über die Kritik sprechen, aber das muss einfach mitgesagt werden. Denn hier an der Alpha 7 R3 hast du nur einen teilweise Touch und da frage ich mich, warum das softwareseitig limitiert wird. Okay, der Sensor ist natürlich ein Vollformat-Sensor mit 50 Megapixeln. Ja, die brauchst du nicht zwingend, wenn du kein Wildlife-Fotograf bist, wenn du kein Sportfotograf bist und quasi mehr reinzoomen möchtest. Da komme ich auch schon zur Zielgruppe, aber da gehen wir später nochmal drauf ein. 50 Megapixel braucht nicht Autonomalverbraucher und die brauche ich auch nicht wirklich. Ich habe hier 40 Megapixel bzw. 42 Megapixel und die reize ich so gut wie nie aus. Wann brauche ich mal 42 Megapixel? Also da muss ich schon sehr weit reinzoomen, um sie unbedingt brauchen zu müssen. Im Sinne von dann schon zu sagen, haben ist besser als brauchen, aber in der gängigen Praxis sind 24 bis 30 Megapixel eigentlich so ein bisschen für mich persönlich der Sweet-Spot, wo ich sage, das ist vom Workflow und von allem, was dann nach dem Fotografieren kommt, noch ein guter Kompromiss im Sinne von gute Bildqualität. Du kannst auch noch zuschneiden und reinzoomen, aber du hast immer noch eine gute Auflösung auch für den Druck und für Veröffentlichungen. 50 Megapixel, das ist dann schon sehr speziell, die musst du auch wirklich brauchen. Sie hat 30 Bilder pro Sekunde, das ist natürlich schon sehr geil. Also ich selbst brauche sie nicht bei meiner Arbeit, aber sie zu haben ist ganz nett. Gerade wenn du sagst, du machst Sportfotografie oder du bist beim Nachrichtenfotografieren, dann brauchst du vielleicht schon mal das etwas mehr an Serienbildfunktionen, einfach um den Moment festzuhalten. Blackout Free, das heißt, du kannst, wie auch bei der Sony Alpha A7 R4, kannst du hier auch Blackout Free weiter fotografieren. Das heißt, du machst die Serienbildfunktionen an und du hast keine Verzögerung und keinen Blackout in deinem Sucher. Finde ich sehr geil. Du kannst die Funktion auch abschalten, sagen sie in der Beschreibung. Also je nachdem, was du brauchst, brauchst du oder brauchst du nicht, kannst du es dementsprechend einstellen. Ein leiser, vibrationsfreier elektronischer Auslöser, das hatten ja auch schon die Alpha 7 Reihen vorher. Da finde ich, ist jetzt keine Neuerung dabei, aber mit Sicherheit werden sie das Flicker-Problem noch ein bisschen besser in den Griff bekommen haben, gerade wenn du Indoor fotografierst. 15 Stops Dynamic Range ist an und für sich auch wieder sehr, sehr gut. Das hatten auch die Alpha 7 Kameras vorher. Finde ich auch eine tolle Sache. Du hast genug Dynamic Range, um im Edit, gerade bei Landschaftsfotografie, wenn du ein bisschen Dodge & Burn machen willst, dann noch mehr reingehen kannst. Finde ich ganz toll. Braucht es aber nicht zwingend. Ich habe auch mit meiner Canon keine 15 Stops und es geht trotzdem auch Landschaftsfotografie. Es kommt immer darauf an, was du brauchst. Und wenn du sagst, du brauchst es sozusagen in einem Bild, dann macht es dann natürlich schon Sinn. Apropos Bilder. Die JPEGs lassen sich das auch zum ersten Mal in einer Lite-Version rausgeben. Das heißt, du kannst sagen, ich möchte meinen JPEG nochmal komprimiert rausgeben. Das ist so ein Faktor, der vor allen Dingen für Sportfotografen und Nachrichtenfotografen wahrscheinlich eine Rolle spielen wird. Denn ihr wollt dann sicherlich keine 50 Megapixel JPEGs rausgeben, gerade wenn sie dann noch schnell hochgeladen werden müssen, wenn der Zielläufer durchs Ziel läuft und du brauchst das Zielfoto oder in der Bundesliga oder du hast bei den Nachrichten, vielleicht auch bei den kommunalen Verwaltungen irgendwo in der Sitzung ein Foto gemacht. Das muss schnell rübergebracht werden für die Presse. Dann macht es Sinn, eine kleinere Auflösung zu haben, beziehungsweise das Foto kleiner zu schrumpfen, um zu sagen, ich kann es vielleicht über das Telefon schnell rüberschicken und es ist schnell übermittelt worden. Eine geile Sache auf jeden Fall für die, die es brauchen. Was den Autofokus angeht, hier gibt es wohl jetzt das erste Mal den Tieraugen-Autofokus auch in Echtzeit für Vögel. Das ist echt ein Hammer, also wenn das funktioniert, dann ist das schon wirklich eine Granatenkamera mit dem Fokus. Denn du musst dir vorstellen, ein Vogel hat meistens ein schwarzes Gefieder oder es hat dunkles Gefieder, nicht alle Vögel sind hell oder farbig hell und dann schwarze Augen darauf, da musst du erst mal fokussieren können. Das kann mit Sicherheit nicht jede Kamera, also ich habe zumindest selbst noch keine, die das nicht in Echtzeit sozusagen kann. Das ist schon eine geile Sache, wenn du das brauchst, gerade für die Wildlife-Fotografen. Dann Grüße gehen raus an Ansgar Lenzen, vielleicht hat er Bedarf an der A1, aber ich kann es mir nicht vorstellen, denn auch hier heißt es natürlich tief in die Tasche greifen und das muss ich erst mal in Wildlife oder ein Sport- und Nachrichtenfotograf leisten können. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Und die nächste große Neuerung ist dann auch im Videobereich. Hier kannst du jetzt 8K mit 30 Frames filmen, 4K mit 120 Frames, das ist ja schon wie bei der A7S III, nur dass du kein Swiffle-Display hast. Und du kannst dementsprechend auch Zeitlupen in 4K anlegen, das finde ich ja schon geil. Ich glaube, da geht auch die Reise hin, dass in Zukunft die Kameras vor allen Dingen in 4K, 120 Frames, die Videos aufnehmen können, vielleicht sogar 240 Frames, das wird in Zukunft kommen und ich denke auch, dass 8K in Zukunft immer mehr Einzug halten wird in den Kameras beziehungsweise auch in Displays dementsprechend auch einfach möglich ist. Ja, du kannst damit mehr reinzoomen ins Video, du hast damit vielleicht auch eine höhere Schärfe, höhere Detailtreue und vor allen Dingen auch mehr Dynamikumfang, aber, und jetzt kommt es, das zahlst du drauf in allem anderen, was du dazu brauchst. Da fange ich mal an mit einem anderen Bildschirm. Ich möchte ja 8K sehen können. Da kenne ich noch keinen bezahlbaren Monitor für den PC-Bereich, wo ich das abrufen kann. Es gibt Fernseher, okay, aber ich möchte ja schon wenn im Desktop-Bereich auch mit einem ordentlichen Bildschirm arbeiten können. Also gibt es de facto noch nicht im bezahlbaren Bereich. Dann brauchst du andere Speichermedien. Du brauchst wahrscheinlich eine größere Speicherkarte, wenn du es in der Kamera aufnimmst, beziehungsweise brauchst du größere SSD-Festplatten, wenn du es mit einem externen Monitor und externen Rekorder aufnimmst. Ich habe zum Beispiel hier jetzt gerade meinen Atomos-Player angeschlossen langsam und ich arbeite hier standardmäßig dann mit einer SSD und das kannst du bis zu 1TB, 2TB machen. Bei 8K wirst du aber auch hier sehr schnell, wenn du eine 1TB-Festplatte hast, nicht viel machen können. Ja, die Kamera soll wohl bis zu 30 Minuten aufnehmen können, hat also kein Überhitzungsproblem, aber du brauchst mehr Speichermedien. So, dann brauchst du dazu natürlich auch mehr Speicherplatz dann zum Archivieren der Dokumente oder der Projekte. Auch hier wirst du sehr schnell an deine Grenzen kommender Kapazität und, das ist eigentlich das Wichtigste von allen, du brauchst in deinem ganzen Workload, in deinem gesamten Workflow viel mehr Ressourcen in deinem Rechner. Das heißt, wenn du alles zusammennimmst, bleibt es nicht nur bei den über 7.000 Euro von der Kamera, sondern auch mit dem Zubehör kommt eine ganze Menge auf sich zu, das muss berechnet sein und da komme ich, wenn ich für meinen Nutzungsbereich mal grob zusammenrechne, auf wirklich viele Tausende Euro, die extra hinzukommen und da sehe ich bei mir noch überhaupt keinen Nutzen. Also mit 4K bin ich bestens bedient, 120 Frames wären ganz nett, ja, das wäre wirklich eine tolle Sache, das würde ich auch nehmen. 8K nicht wirklich, weil einfach hintendran so viel dazu gehört, was es mir unfassbar teuer macht und für mich noch gar kein Nutzen da ist. Das kann bei dir anders sein, du kannst vielleicht schon 8K brauchen, gerade wenn du vielleicht für Serien produzierst oder für TV-Produktionen, da kann das mit Sicherheit eine Rolle spielen oder ganz spezielle Kundenwünsche, aber ich glaube in der Masse wird es noch mit 4K auch lange gehen. Ja, im Sinne von, wenn das Ganze Einzug hält, wird es auch günstiger werden, klar, ich denke, dass 8K die Zukunft ist, aber im Hier und Heute glaube ich nicht, ich denke dieses Jahr auch noch nicht und ich denke nächstes Jahr, es kommt darauf an, wo die Preise sich hin entwickeln, aber ich glaube 8K wird noch nicht Dreh- und Angelpunkt sein. Aber das bin jetzt nur ich, klar, wenn du sagst, du brauchst 8K, du brauchst den Augen-Autofokus in Echtzeit und du brauchst vor allen Dingen auch die 30 Bilder pro Sekunde bei 50 Megapixeln, dann ist das deine Kamera, dann hat Sony damit eine tolle Kamera für dich gebaut. Ich finde auch persönlich, dass die Kamera wirklich toll ist, also 30 Bilder pro Sekunde bei der Auflösung, da wurde echt gute Technik verbaut, also die Speichermedien werden mit Sicherheit auch schnell abgerufen, du wirst schnell auf die Karte schreiben können, du wirst es sehr schnell abrufen, also auch lesen können, mit der Kamera geht wirklich eine ganze Menge und ich glaube, die Kamera ist ein sehr guter Allrounder, aber eben aufgrund der Spezifikationen sehr speziell im Anwendungsbereich, also im Sinne von, da wird es auch wirklich gebraucht und auch im Preissegment. Mit über 7.000 Euro ist das keine Kamera, die ein Hochzeitsfotograf sich mal eben kauft, beziehungsweise jemand, der Portraits macht. Landschaftsfotografen ja, denke ich, auch nicht, denn da reichen auch Vorgängerkameras, wie die A7R2 oder die A72 sogar, A73. Da wird es wahrscheinlich eher nicht die Zielgruppe sein, sondern schon eher der Berufsfotograf, der sagt, ich stehe am Spielfeldrand und ich stehe bei den Nachrichtensendern und mache dort die Fotos. Ja, ich habe jetzt ganz viel erzählt zur Kamera, ich hoffe, es war jetzt nicht zu viel Kritik dabei, weil ich finde sie grundsätzlich gut. Ich finde, vieles ist dabei, was echt zukunftsträchtig ist, das heißt, wer sich heute die Kamera bestellt, verfügbar wird sie erst ab März sein, laut Sony-Angaben. Der wird auf jeden Fall in der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren schon gut aufgestellt sein. Alles andere, das wird sich dann wahrscheinlich zeigen, ob die Kamera vielleicht im Preis fällt, ob es einen Nachzügler gibt, vielleicht gibt es einen A73-Nachfolger, da warten ja viele drauf. Aber Sony macht das marketingtechnisch sehr geschickt. Denn wenn diese Kamera ein Swiffeldisplay hätte, dann wäre sie ja noch ein direkterer Konkurrent zur A7S III. Denn ich vermute, im Videobereich wirst du kaum Unterschiede sehen, ich behaupte, du wirst gar keine sehen. Allein der Weißabgleich, der bei der A7S III ja nun wirklich superb ist, da wird sie identisch sein. Vor allen Dingen, da du jetzt auch dort einen Infrarotsensor, Infrarotsender, genau, Infrarotsender, für den Weißabgleich drin verbaut hast, da wird sich Sony was dabei gedacht haben und vor allen Dingen in schwierigen Lichtsituationen noch mehr auf einen korrekten Weißabgleich setzen wollen. Finde ich gut, grundsätzlich, das ist eine tolle Sache. Aber ich glaube, wenn sie mehr von der A7S III gehabt hätte, dann wäre es ein zu starker Konkurrent gewesen. Und ja, sie kostet mehr, also fast das Doppelte, aber Sony wird schon aufgepasst haben, dass sie das Ganze nicht zu sehr überschneidet und deshalb bin ich sehr gespannt, was dann die Nachfolgerin von der A7 III kann, wenn sie denn dann irgendwann mal kommt. Ja, jetzt gebe ich die Frage an euch wieder raus, was haltet ihr von der Kamera? Was haltet ihr von der A7 I? 3 hätte ich bald gesagt. Was haltet ihr von Sonys neuer Flaggschiff-Kamera? Findet ihr sie sinnvoll? Hat sie Specs, die euch nützen würden? Wollt ihr sie euch kaufen? Ganz ehrlich, schreibt es mir auch unter die Kommentare, gerne unter dieses Video. Ich würde mich riesig freuen. Lasst uns ein bisschen austauschen und connecten, wie ihr die Kamera findet, was ihr generell zum Kameramarkt von Sony jetzt findet, weil es ist ja nur eine sehr geile Kamera, die gedroppt wurde. Und in diesem Sinne, lasst uns austauschen und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Vielen Dank.